hallo und willkommen zu einer folge die sims 3 wo waren wir stehen geblieben wir waren gerade am geburtstag feiern mit unserer dreimal party würde ich mal sagen fangen wir mal an und pusten die kerzen aus auf geht's euch auch recht ja das war so ja das war so perfekt auf geht es ist das nur bei mir so laut oder wo ich wo ist das eine lautstärke ist das ok da kommen ja doch noch mehr gäste ich bin verwirrt ja 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 Nee! Wuhuhuhu! Yay! Wargy Earth! Zampy Wardu! Uhuh! Zampy Wardu! Mhm, 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 und? Drin-Lit-Lit-Lit-Gerzo! Glan-Lit-Lit-Lit-Gerzo! Wah-hahaha! Wuhu! 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 Teenager! Ach du Scheiße, ein fetter Teenager! Super-Furdy! Haha! wir durften nichts aussuchen weil ihre leistung okay bin ich nicht böse drum dass mir den ständigen selber ausgesucht geht mir auf den sack er muss man sich ganz arbeiten weil sie hier Ah, wir gehen trotzdem noch zur Schule. Ach, jetzt sind wir Teenager. Ach so. Naja, okay. Hatten wir uns nicht auf Mustikmacher Zeugs gekauft? Ja! Ach so, das hören wir jetzt nicht, weil wir ja unter Optionen die Musik ausgeschaltet haben, glaube ich mal. Oder das geht einfach nicht, weil das nur ein Lautsprecher ist. Versuchen wir es mal damit. Umschalten auf, benutze definiert Kazeep. Ja! 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 Komm, ich baue heute noch einen Schneemann. Oh, der geht jetzt auch. Okay. Oh, wie ist sie denn jetzt zerstören? Den Schneeengel. Okay. Okay. Helft du lieber erst nochmal Schneemann. Boah. Und dann können wir schon denke ich mal irgendwann wieder hier ins Bettchen. Oh, der ist wieder weg. Oh, der ist wieder weg. Okay. Ich nehme mal ein Bauen mit. Komm, baut noch einen zusammen. Mal schneller, bitte. Was geht jetzt los? Das sieht schon mal aus. Geil! Aber jetzt gucken wir hier erstmal. Erstmal tun wir dir jetzt hier Duschen schicken. Und dann kannst du nochmal aufs Toilettchen. Und du... Oh, du kannst eigentlich gleich ins Bett. Das ist ja auch cool. Der ist cool. Was geht jetzt? Ich habe hier noch einen Nudelholz in der Hand. Ich habe hier noch einen Nudelholz in der Hand. So, deshalb machen wir. Haben wir eigentlich auch ein bisschen Geld, da könnten wir uns auch mal wieder was kaufen, ne? Zum Beispiel einen Kleiderschrank und uns erstmal ordentlich anziehen. Hm. Der sieht schon ganz trendy aus, ne? Machen wir ein gelbes Schlafzimmer. Was seid ihr denn, Matafon? So, machen wir das. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld übrig. Was brauchen wir denn mal noch? Hm. Da ist wieder so ein Wicht hier. Komisch, wo die herkommen, frage ich mich auch noch. Waschbecken und so Zeug bräuchten wir noch. Hm, ne, das bleibt so. Und dann bauen wir da jetzt mal ein Spülbecken rein. Das gibt's hier, glaube ich, ne? Nicht so wirklich, das ist doch hier. Das ist das einzigste? Ne, das noch. Ach so, und das ist noch zum Hängen. Na ja, ne? Uns wird ja nicht so viel. Ich find da jetzt ehrlich gesagt nicht so'n großen Unterschied. Da kann man beim Waschen aus dem Fenster gucken. Wow, das war aber jetzt teuer. Dann würde ich sagen, da passen wir uns wenigstens mal die Farbe an. So, es lädt. Und es hat's geschafft, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was er mir mit Schwarz sagen will. Ach so. Okay. Hm. Hm. Na ja, gut. Wir haben uns davon erstmal was gekauft. Unsere grönen Älchen vor der Tür, der ist natürlich geil. Ach ja, schon wieder ein Geburtstag. Also machen wir noch mal ne Vorjahne. Hm. 18 Uhr, also mach mal 20 Uhr die Party hier gehen. Na ja. Ja. In der nächsten Folge würde ich dann sagen, planen wir erstmal die Outfits. Was wollte ich denn jetzt, ne Party feiern? Das ist jetzt mehrgültig, ne? So. Duschen. Pfütze aufwischen. Und dann Rest der Elfen. Pff. 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 Aber die Auswahl ist halt noch nicht so groß, ne? Hm. Geburtstagsparty. 20 Uhr. Umgezogen. Pff. Pff. Luna Aldu. Pff. Da würde ich sagen, wir beenden hier erstmal die Aufnahme. Ich danke euch fürs Zuschauen und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.